So viele Spiele und nur so wenig Zeit. Oder anders gesagt, SVSSWZ-Spieletest in 60 Sekunden. Heute Cities Skylines. Die Städtebausimulation aus dem Jahr 2015 ist dein Sprungbrett zum Amt des Bürgermeisters und Stadtplaners. Deine Aufgabe wird es im Spielverlauf sein, nicht nur eine florierende Stadt aus dem Nichts zu erschaffen, sondern auch die Bedürfnisse deiner Einwohner zu berücksichtigen. So gibt es beispielsweise Wohn-, Gewerbe- und Industriezonen in niedriger und hoher Dichte, die sich gegenseitig positiv, aber auch negativ beeinflussen können. Du wirst die Balance finden müssen zwischen Arbeitsplätzen, Einkaufs- und Wohnmöglichkeiten. Hinzu kommen die Anforderungen des wachsenden Verkehrs. Also planst du Metrolinien, Züge, Flug- und Frachthäfen. Doch auch Kriminalität, Umweltschutz und viele weitere Aspekte spielen eine Rolle. Wer das alles mal ausführlich sehen will, kann sich mein Let's Play auf YouTube reinziehen. Zahlreiche offizielle DLCs und Mods der Community machen das Spiel zu einem Dauerbrenner. Von uns gibt es dafür 90 Punkte. Seid auch nächstes Mal wieder mit dabei, wenn es heißt SVSSWZ.